Hallo Leute, willkommen zurück zu Sky Family. Ach ja, genau, wir haben beim letzten Mal ja Sachen für die Allgemeinheit getan. Okay, also das sieht doch danach aus, dass er hier von zwei braucht und davon eins. Das können wir eigentlich doch hier unten mal austesten, oder? Jetzt eins davon reinlegen und eins davon. Ey, hab ich echt keine Ahnung. Also eins zu eins macht das hier in dem Fall. Das ist komisch. So, und die restlichen packe ich dann hier unten rein, wobei... Ach, ist doch jetzt egal, komm. Kann man aber jemand anders machen, ich will jetzt meine Butze da weiterbauen. Haben wir denn, äh... Die sind ja immer noch nicht gewachsen. Und ich brauche eigentlich auch gar keinen Cobblestone mehr. Aber ein bisschen nehme ich trotzdem mal weg. Für Werkzeug brauche ich es denn allemal. Na komm. So, reicht aus. Oh, da hab ich ja noch ein Bäumchen. Schön. Und es wird dunkel, aber da steht ja mein Bett da hinten. Hui. So, die Bude, na, die wachsen nicht. Also ich glaube, dass das hier einfach nicht mehr ausreicht vom Platz. Und ich hab gesehen, ich brauche ja doch Cobblestone fürs Haus. Also hier diese Säulen da. Ähm, achso, das ist normaler Stein. Ah, das war doof jetzt. So. Zwölf Stück. Ist egal, Glas... Äh, Glas sag ich schon. Grasblock. Brauche ich eh nicht für die Bäume. Ey, das sah doch von hinten größer aus, ne? Da ist Schnee drauf. Ich weiß gar nicht, ob die verschwinden können, die Blätter, wenn da Schnee draufliegt. Könnt ihr gucken, wie viel Knochenmehl wir am Start haben? So. Eine bessere Idee. Wir lassen hier zwei wachsen. Das ist ein Abstand. Na gut, das ist schon wieder ein bisschen zu krass. So muss man das eigentlich nicht machen bei einer Baumfarm. Aber drei ist wenig. Hat er mal im letzten Part ja gesehen. Deswegen wächst die auch nicht so gut. Halt da oben rein. Nochmal 16. Ah, da war es schon wieder. Wie schade. Ui. Jetzt hatte ich irgendwie... Aber da kann ja nichts passieren. Das ist einfach der Schnee. Da denkst du immer, da ist ein Loch unten. Hat er auch im letzten Part schon. So. Ich würde es ja eigentlich sehen, wenn da was wächst. Oh, der Cordy hat sein Dach weitergemacht. Kann sich auch mal bedanken, dass ich das ausgeleuchtet hab. Ah, genau. Ich wollte gucken wegen Knochenmehl. Knochen haben wir. Das mache ich jetzt nicht da. Sondern bei meinen Bäumen. Dann brauche ich nicht so oft hin und her hin. Geile Idee. Schön. So komme ich doch voran. Und ich finde es auch gerade praktisch, dass ich das... So, Moment. Oh, da sind zwei. Ja, dann nehme ich eben das hier nochmal, so. Also ich finde es praktisch, dass die hier einen Block höher sind. Weil, wenn ich dann mit dem Knochenmehl hier dran gehe, dann kann es nicht sein, dass mich die Blätter erschlagen. Klingt irgendwie ein bisschen seltsam. Die von Blättern erschlagen. Aber ihr kennt das ja, ne? Wenn da plötzlich ein Baum spawnen und du stehst in der Nähe, dann... BAM! Stehst du mitten im Block. Ähm... Verdammt, ich hätte Setzlinge mitnehmen sollen. Ah, einen habe ich. Da oben ist sogar noch... Ach, hier. Danke! Danke! Ja, okay. Das geht also trotzdem, auch wenn da noch Blätter sind da drüber. Ah. Aber nur bedingt. Oh, er ist schon wieder da oben. Hängen geblieben. Das Blöde ist... Eigentlich... Es wäre nicht schlecht, wenn wir mit Eisen mal eine Schere machen. Ich meine, das kann man ja auch gut zum Dekorieren nehmen dann, hier diese Grasblöcke. Och Mann, was ist denn jetzt? Wieso dauert das so lang? Ah, geht doch. Ich nehme jetzt immer einfach eine Seite, so. Oh. Ja, gut. Ich war jetzt zu faul zum Wechseln auf die Holzachs. Da war mal ein kleiner Baum. So, aber das ist doch mal hier was. Guck mal. Zwei Stacks und acht Stück. Ups. Oh. Jawoll. Fertig. Und ich überlege eigentlich, ob ich nicht hier diese Reihe nach außen noch irgendwie mit einem anderen vielleicht nochmal Cobblestone dran setzen. Kurz überlegen, Cobblestone, wie würde das denn aussehen? Oder Cleanstone? Ne, da muss ich zu viel brennen. Doch, kann man eigentlich machen. Das passt gut. Also hole ich mal Cobblestone. Cobblestone. Mäh. Ja, lasst mich in Ruhe. Mäht mich nicht voll. Sonst mähe ich euch ab. Eiskalt rasiert. So. Ich will ja erstmal wenigstens eine Reihe probieren. Ich glaube, das könnte gut aussehen. Das ist unten noch so ein bisschen Akzent da drin. Sonst hast du am Ende auch bloß wieder einen Holzklotz und das sähe doof aus. Hallo. Kommt zu mir. Alter. Wo fallen die hin? Ach, da. Boah, diese Schalter. Aber es stimmt schon. Es ist nerviger, wenn man hier runterschwimmen muss, um die Blöcke zu holen. Dann lieber dieses Klicken. Oder Klacken, besser gesagt. Klack, klack. Kannst du eigentlich einen Wettstreit draus machen hier. Wie viel schaffst du, mit einer Spitzhacke an Cobblestone zu holen? Also einer Steinspitzhacke. Und wie viele davon verbrennen wohl? Ups. Oh. Hä? Ist ja gerade, als ob da jemand wär. Es sah so aus. Vor allem jetzt bin ich hier doch extrem lange am Cobblestone abfahren. Hallo? Ja. So, ich denke mal, das sollte reichen. Oh, guck mal, da ist noch ein paar drin. Da nicht. Mööö. Boah, so viele Schafe da drin. Na, wieso wachsen die denn nicht? Es ist ein... Warte mal, hier könnte auch eine Fackel dran. Genau wie da. Passt. So, dann muss ich die hier aber nochmal wegnehmen. Na, so. Ich überlege gerade, ob man nicht vielleicht... Ach so, nee. Haben wir nicht. Wolle haben wir zwar, aber keinen Ton. Das ist schade. Jetzt hätte man das Haus noch ein bisschen bunter machen können. Ein bisschen so wie bei Dinecraft. Mein knallgelbes Haus da. So. Das passt. Ich gucke erstmal gerade, wie das aussieht hier. Nicht, dass wir jetzt hier weiterbauen, dann... Ah, sieht eh doof. Ne, das sieht ganz gut aus, finde ich. Das passt. Das kann man so lassen. Finde ich gut. Zack. Es wird dunkel, warte mal hier. Ja, komm. Pflanz dich da hin. Geh ich mal schlafen. Ist eigentlich doof, dass wir keine Scheiben machen können. Finde ich irgendwie schade. Wobei, im Prinzip kann man sich ja mal Sand wünschen. Das werde ich als nächstes haben wollen. Bei den nächsten Abstimmungen. Und bitte votet dann für mich übrigens der Link zur Abstimmung immer unten in der Videobeschreibung. Äh, ne, Moment. Na. Ja, komm. Hat er's? Hat er. Er hat's. So, dann müssen wir da noch lang. Und dann haben wir's ja eigentlich auch bald schon wieder. Sind wir zum Ende des Parts angekommen. Oh, genau zwölf Stück. Es passt genau. Sauber. Ähm, ja komm. Den können wir noch abbauen hier. So viel Zeit haben wir noch. Gib. Perfekt. Ne, das ist doof. Also, ich lass die mal jetzt verschwinden. Wir sind ja eh zum Ende angekommen. Doch, ich finde, das kann man so durchgehen lassen. Gut, Leute. Dann danke ich fürs Einschalten. Wir werden nicht vergessen. Schaut in der Beschreibung nach. Äh, nach wegen der Umfrage. Macht da mit. Fleißig. Jeden Tag am besten. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein. Bis dahin. Tschüss.